Das hat er so von dir drin. Guck mal, Wahnsinn. Toll. Nee. Rückwärts, ne? Ja, er dreht dann immer ein. Jetzt steht er schon ein bisschen eng, also nehmen wir viermal so. Das steht jetzt schon zurück. Mhm. Naja, er ist irritiert. Er will jetzt immer das Bein geben. Ja. 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 Nein. Gut. Ja, er lässt um. Gut. Da ist es gut. Wenn man den Eisbogen trägt, macht man gar nichts mehr. Jetzt stehen. Gut.